Hallo, ich bin Marianne, ich bin die Mutter von Leonhard. Leonhard ist jetzt neun Monate alt und ich möchte hier eine Bewertung zum Jogster Light-Test abgeben. Im ersten Moment fiel mir die Leichtgängigkeit und Wendigkeit trotz der enormen Größe auf. Das ist zurückzuführen auf die drei stabilen Lufträder, insbesondere auf das drehbare Vorderrad, das auch feststellbar ist. Der Alu-Rahmen besteht zudem aus Carbon-Elementen, ist also sehr leicht und robust und beides zusammen macht den Buggy sicher so wendig und leicht in der Handhabung. Beeindruckend ist auch der einfache Klappmechanismus, mit dem der Buggy innerhalb von wenigen Sekunden zusammengefaltet werden kann. Dabei ist die Sitzfläche im Innern des Buggy, so dass sie vor Dreck und Nässe geschützt ist. Außerdem ist der Bezug abnehmbar und waschbar. Das kommt uns sehr entgegen, weil Leonhard gerne im Buggy Kekse isst und natürlich unschöne Flecken hinterlässt. Die Sitzfläche ist zudem atmungsaktiv. Das ist im Sommer natürlich super, damit der Kleine nicht so schwitzt. Die stufenlos verstellbare ergonomische Rückenlehne, die macht es mir ganz einfach, dass ich Leonhard, wenn er einschläft, von der Sitz in die Liegeposition bringen kann. Außerdem gibt es noch einige schöne Details, wie zum Beispiel ein großes erweiterbares Sonnenverdeck mit einem Sichtfenster. Es gibt zwei Seitentaschen, einen großen Einkaufskorb, eine höhenverstellbare Schiebestange. Darüber freut sich natürlich der Papa und außerdem auch noch ein verstellbares Trittbrett. Mein Urteil fällt also sehr positiv aus. Ich finde, dass der Jockster Lightress der ideale Outdoor-Kinderwagen ist und einfach durch seine komfortable Größe und seine Leichtgängigkeit besticht. Auf jeden Fall freuen wir uns schon auf unsere Tour mit dem Jockster Light Twist und ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Bewertung weiterhelfen. Bis dann!